In diesem Video möchte ich zeigen, wie man unter iOS 12 zwischen bereits geöffneten Apps hin und her wechselt und wie man diese endgültig schließt. Wenn ich in irgendeiner App mich befinde und ich möchte in eine andere bereits geöffnete wechseln, dann kann ich mit dem Finger von unten nach oben ziehen. Tipp nicht zu weit, denn wenn ich zu weit nach oben ziehe, dann schließe ich die App, was ich ja nicht möchte. Das heißt, ich ziehe nur ein Stückchen und komme dann in die Übersicht der bereits im Hintergrund laufenden anderen Apps und kann über einen Klick direkt in die andere App wechseln. Das ist Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2 ist, wenn ich hier an der Seite mit meinem Homebutton einen Doppelklick mache, dann komme ich genau in die gleiche Übersicht und kann eben auch über einen Klick in eine entsprechende andere App wechseln. Wem das immer noch zu langsam geht, der kann theoretisch eine Multitouch-Geste nehmen, das heißt fünf Finger und alle gleichzeitig auf das Display legen und von links nach rechts oder eben in die entsprechende andere Richtung ziehen. Der einzige Nachteil hieran ist, dass ich jetzt natürlich die Reihenfolge der Apps hier ja nacheinander dann quasi abwechseln muss. Muss man für sich entscheiden, was einem lieber ist. Wenn ich jetzt möchte, dass meine Systemleistung insgesamt nicht so gebremst wird oder sich eine App beispielsweise einfach aufgehangen hat, dann habe ich die Möglichkeit Apps hier durch Wischen nach oben direkt zu beenden. Wenn ich nicht alle Apps einzeln schließen möchte, habe ich auch die Möglichkeit mehrere Apps mit mehreren Fingern direkt zu schließen und im Hintergrund läuft somit kein weiterer Prozess mehr.